Was ist der erste Kontakt, den die Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung haben? Wir machen unseren Mitarbeitern mit, wenn sie einen dringenden Notfall haben, der dann hier im Rathaus bearbeitet wird. Die Menschen, die dann hierzu eingeladen werden, müssen sich dann hier zunächst melden. Sie müssen ihre Hände desinfizieren, bekommen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Mundschutz ausgehändigt, den sie anlegen müssen und den sie auch während des Besuchs im Rathaus nicht ablegen dürfen. So schützen wir im Endeffekt auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen vor der Ansteckungsgefahr. Das ist so der tägliche Wahnsinn, hätte ich jetzt fast gesagt. Unsere Mitarbeiter werden diesbezüglich auch noch mal geschützt, indem wir hier noch mal eine Absperrung vor dem eigentlichen Empfang gespannt haben und so dass die Menschen auch wirklich mit einem guten 1,50 Meter, 2 Meter Abstand zu unseren Mitarbeitern agieren können. Auch für diesen Bereich haben wir natürlich einen Mehrschichtbetrieb eingedichtet. Wir besetzen hier die Pforte von morgens 7 bis abends um 17 Uhr, so dass der Bürger, beziehungsweise die Bürgerinnen und Bürger uns auch erreichen kann in Notfallsituationen. Auch hier gilt das gleiche Prinzip wie im Bürgerbüro, eine Crew ist immer im Dienst, eine Crew ist auf Abruf, sowohl im Vertretungsfall für andere Abteilungen des Hauses und so versuchen wir die ganze Geschichte hier kurz-, mittel- und langfristig in den Griff zu bekommen. Vielen Dank.